Okay, Internet und YouTube. Zehn Tage ist es ja. So, dann ging ich hier rundherum. Um Lorenzo zu finden. Wo ist er jetzt hin? Wo ist er jetzt hin? Wo ist Lorenzo? Wo ist jetzt der Typ hin? Wo? Er ist verschwunden. Ist er raus? Ist der Idiot weg? Wo, 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 wo? Bin schon hier, bin schon hier, bin schon hier. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Da, Gott. Ah, Sie sind also der berühmte Außenseiter. So ist es. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Lorenzo, Oberritter und Mädchen für alles. Der Älteste möchte, dass ich Komponenten finde, um das Ruffeld, das ist nicht zu reparieren. Dann habe ich Sie jetzt auch noch auf dem Gewissen. Toll. Ja, es tut mir leid. Oh Gott, ich... Blöd, Mann. Oh mein Gott. Vielleicht haben Sie mich nicht richtig verstanden. Einfach nur die Details. Nein, ich habe Sie schon verstanden. Sie werden losgeschickt, um wie die anderen zu sterben. Glauben Sie, der Älteste hat vorher noch niemanden damit beauftragt? Er hat drei Patrouillen auf die Suche nach den Komponenten geschickt. Alle tot. Ich habe dem Ältesten mögliche Fundorte solcher Komponenten vorgeschlagen. Die Toten gehen also auf meine Kappe. Und jetzt sind Sie dran. Naja, Sie wurden gewarnt. Ich bin nicht schuld, wenn Sie einen grausamen Tod sterben. Aber Sie werden wohl ungeduldig. So sieht es aus. Um das System am Laufen zu halten, brauche ich eine Differenzialdrucksteuerung, einen Reverse-Pulsreiniger und mehrere HEPA-Filterkartuschen. Derzeit wäre mein bester Tipp für die Suche eine der alten Walls in der Gegend. Diese Walls ähnelten in der Bauweise diesem Militärbunker. Teilweise wurden sogar dieselben Baufirmen beauftragt. Ich markiere die Walls auf Ihrer Karte. Viel Glück. Na, super. Vielen Dank. In der Walls oder gegen nach einem Reverse-Pulsreiniger suchen. Und nach einem HEPA-Filterkartuschen suchen. Super. Dankeschön. Gib mir jetzt diese Rüstung. Ne, die ist kaputt. Oh Gott. Ah. Hm. Morg 11. Und 3. Äh. Und 22. Habe ich noch gar nicht entdeckt. Das ist ja super. Das habe ich ja Gott sei Dank schon. Ah, das war doch mit diesem komischen Viech. Okay. Osttor von Freeside. Waffenschieber. Waffenschieber? Notor des Traps. Krankenhaus. New Vegas. Da will ich... Ich will mal ins Krankenhaus schauen. Wie komme ich dorthin? Okay. Und wir entfernen uns dann wieder von dieser Aufgabe. Ups. Was willst du von mir? Was ist hier? Aha. Du hast schöne Haare. Strahlenkrank. Ja. Ich weiß nicht. Wozu all die Computer? Das ist unsere Virtual Reality Trainingshalle. Wir gehen nicht mehr so oft raus, aber so bleiben wir auf Draht. Mhm. Äh. Bop. Ja, viel mehr. Damals, als wir noch an der Helios Station waren. Äh, Mist. Ich bin ziemlich sicher, dass ich darüber nicht mit Außenseitern reden sollte. Also vergessen Sie, dass ich es erwähnt habe, ja? Mhm. Solltest du nicht in der Schule sein? Der oberste Gelehrte Taggart hat mein ungewöhnliches Talent schnell erkannt, als ich die Pflichttests im VR-Kampf abgelegt habe. Kurz darauf hat er mich dem VR-Spezialistentraining zugeteilt. Es fehlt mir die... Gut. Tschüss. Tschüss. Als ob mich das Interaktivieren selbst zu stören. Okay. Gut, das kommt mir doch jetzt bekannt vor. Was grübelst du, mein Gott? An den Bunker muss man sich erstmal gewöhnen, was? Ach, lass mich doch in Ruhe. Okay. Bohnen, raus hier. Raus hier. Ah, okay. Ich brauche hier nichts mit dem Computer. Ihr könnt mich... ...gern haben. Gern haben könnt ihr mich. Ich will hier nur noch raus. Oh, ja. Nur noch raus. Oh, sieht bei dir gleich aus. Okay. Keine Munition mehr dafür. Hier ist kein Zugang. Oh, Mann. Boom. Wie peinlich. Oh, okay. 600 Schuss. Gut. Sexy. Sexy. Boom. Sehr sexy. Sehr sexy. War noch Spaß, Boom. Ein Späßchen. Einzig Luft. All right. All right. Rest in peace. Tausend Aufgaben. Tausend Aufgaben. Habe ich da schon gesäubert? Ich habe das noch gar nicht entdeckt. Oh, na super. Ich dachte, ich hätte es schon entdeckt. Wie, Volt 3 habe ich auch noch nicht entdeckt. Doch. Volt 3 war... Folgendes. Folgendes. Exakt. Und deswegen hauen wir hier gleich wieder ab. Danke. Das war sehr schön. Schade. Boom. Lass es gut sein. Oh, Mann. Au, 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 au. Zu viele, Boom. Zu viele. Lass es gut sein, Boom. Lass es doch gut sein. Komm her, komm her, komm her. Okay. Points vor dir. Au. Okay, du hast es schon erledigt. Bunt, danke. Haben wir es jetzt? Was für ein kranker Tier. Unholt. Aha. Stachlrüstung. Lächerlich. Ja, von mir aus. Von mir aus. Von mir aus. Dankeschön. Äh, noch nichts. Was? Achso. Okay. Wo ist? Okay, Boom. Ach, ja. Okay. Reparation ist angesagt. Oh, das wollte ich doch schon die ganze Zeit reparieren. Ich denke... Und? Papier? Was denn? Wer stört mich gerade mit Boden? Soll mir recht sein. Dankeschön. Ach. Ich meinte das gar nicht so. Bring mich bitte nicht um. Boone lässt da, glaube ich, nicht mit sich reden. Ich gebe dir ein viel besseres Ding hier. Schau, Boom. Schau. Soll mir recht sein. Schau her, Boom. Schau. Schön repariert, Boom. Nur für dich. Wer, wer hat hier... Wenn ich dich finde, fresse ich deine Milz. Tja. Das war wohl nichts mit der Milz. Das war wohl nichts. Ach, den Mist habe ich wieder aufgehoben. Mist. Ah, ihr wisst schon. Alright. Tausend Sachen. Okay. Boom. Boom, dann lass uns... Wahnsinn, oder? Das ist doch brutal. Muss ich jetzt noch das erledigen und das... Ah. Okay. Entdecken wir mal diesen Ort. Auf die Schnelle, oder? Wo? Geht doch ruckzuck. Ah, nein. Ich wollte ins Krankenhaus. Vielleicht gibt es da halt irgendwas... Right away, right away. Habe ich noch nicht entdeckt. What? 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 Osttor von Freeside. Und dann dorthin. Anstrengend, sag ich dir. Okay. Hier sind also tausend Sachen, die ich noch nicht entdeckt habe. Warte. Ich kann jetzt sicht... Warte. What? Osttänen gingen sind Südwegasruinen. Aha. Habe ich noch gar nicht entdeckt. Wunderbar. Pumpstation West. Oh, das ist gleich hier. Gut, 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 gut. Nordurn Krankenhaus. Wir gehen also hier entlang, richtig. Und dann vorne rechts bohren. Was soll uns schon passieren? Habe ich gespeichert? Nein. Jetzt. Ja. Crimson Co. Okay. Hallo. Ah, Gott sei Dank. Kaminrote. Wie geht's euch, Jungs? Alles gut hier? Alles in Ordnung? Ey, was, 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 was? Hey, wie geht's? Hier ist der Rest der Bezahlung, die ich Ihnen in Goodsprings versprochen habe. Ah, ja, ah. Oh, danke, danke. Ich habe schon voll vergessen, wer die das sagen. Alice McLafferty ist Chefin der kaminroten Karawane. Sie finden sie drüben im Hauptbüro. Okay, gib mir ein paar Aufgaben. Wie wäre es denn damit, hm? Was ist der nächste Ziel? Ich bereite mich auf eine Karawane hoch nach Utah vor. Da gibt's eine Stadt namens New Canaan, die relativ wohlhabend sein soll. Die kaminrote Karawane hat in der Gegend keine Filialen. Also liegt es an mir, den ersten Schritt zu machen. Okay, wunderbar. Tschüss. Wir sehen uns. Ich hoffe nicht. Und vor oft kommt oft, Boone. Ein paar Kronkorken. Yes, yes, yes. Recycling. Äh. Okay. Wunderbar. Wunderbar. Howdy. Wenn Sie handeln wollen, dann sind Sie bei mir genau richtig. Die kaminrote Karawane-Kompanie hat die beste Auswahl im gesamten Ödland. Das wollen wir doch mal sehen. Zeig mal. Gerne doch. Okay, gute Munition. Gute Munition. Ich weiß zu viel wie die... Wow. Okay, okay. Arztasche. Oh, der Partyleber. Sprache, bloß 10. Ähm. Nehme ich mir. Einfach sicher ist sicher. Okay. Was ist das? Ein Göffel. Ist das sowas ähnliches wie ein Löffel? Und ein Napf. Nein, danke. Ah, das ist jetzt... Okay, fürs Kleinkaliber. Ja, da... What? Alles, was über Pädiatrische Medi... Wieso? Ich will das eigentlich gar nicht wissen. Das ist ekelhaft. Lasergewehr, Visier. Genau, beim Lasergewehr. Dort, wo ich... Plasma, Pistole... Boah. Ist ein Erojan, Schachtel-Sicherheiten. Gibt es ja nichts für meine bis jetzt hier... Fast Stress und der moderne Flüchtlinge. Okay, interessant. Was ist das? Ich nehme mir das. Keine Ahnung, was es ist, aber... Okay. Vielleicht... Ich weiß nicht, wo war Ihr Handelsgitter her? Über Handelsrouten. In fast jeder großen Stadt im Ödland gibt es einen Außenposten der kaminroten Karawane. So, so. Weiter draußen teilen wir unsere Karawanenmeister... Okay. Das ist leider nicht zu öffnen. Gut. Woher kommen Sie? Renos Andres. Und zwar auf Wiedersehen. Bis dann. So, jetzt müsste ich nur wissen, was ich gerade gekauft habe. Ich habe es... Was ich unten kaufe. Was für ein wahnsinnig interessantes Ding habe ich mir denn da gekauft. What was it? Ah, okay. Ähm, achso. Das war gar nichts zum Lesen. Okay. Okay. Whatever. Gut. Ich meine, ich habe gerade die Konkurve bekommen. Ich meine, das können wir... Ist okay. Ist okay. Die Belohnung wieder ausgegeben. Ich habe... Man hat ja nicht damit gerechnet und somit. Na? Nö? Also gut. Wir gehen zu... Wenn wir schon hier sind, dann gehen wir halt zu... Der komischen, ne? Frau hier, oder? Das ist das, das ist das und das ist das. Ist sie hier drin? Hauptbüro, klingt gut. Guten Morgen. Oh, grüß Sie. Willkommen bei der Karminroten Karawanenkompanie, Zweig New Vegas. Was kann ich für Sie tun? Keine Ahnung, ich suche hier Arbeit. Leider haben wir aktuell keine freien Stellen für Karawanentreiber oder Wachen. Aber ich bräuchte einen Boten. Aber was sonst? Was muss ich tun? Geben Sie Dr. Hilda an diese Rechnung. Sie finden ihn im Camp McCarron. Sicher? Ich weiß nicht, wie lange sitzt du schon im Geschäft? Die Karminroten Karawanenkompanie ist seit 130 Jahren im Geschäft und mit... Okay, interessant. Sie sind gut angezogen für diesen Ort. Üblicherweise... Und bla bla bla. Ich habe keine Weitung. Versprechen wir über was anderes. Nun, die Waffenschieber beherrschen den Waffenmarkt. Und mormonische Händler aus New Canada... Okay, ich brauche einen Waffenschieber. Genau. Wiedersehen. Wach mir... Und das war höchst interessant. Aktivieren das Terminal. Sehr. Ha, ich wusste... Das war ein Polizeihalltag. Boon? Könntest du mir nicht zusehen? Während ich hier... Oh. Oh. Alles in Ordnung. Ich habe nichts. Ich habe gar nichts. Alles in Ordnung. Alright. Was man im Klo so alles findet, nicht wahr? Und da, 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 da. Da, da, da. Was war denn das für eine Rechnung? Okay. Ich meine, wenn wir schon schnell reisen können, dann machen wir das doch so schnell glatt hier, oder? Doktor, Doktor, Doktor. Doktor, Doktor. Und da hauen sie wieder ab. Was? Wann kommt denn hier der nächste Stufenaufstieg eigentlich? Stunden später? Vielleicht sollte ich mal Aufgaben abschließen. Das wäre natürlich eine... Statistik. Ich meine, das wäre natürlich... Statistik. Nicht mehr viel. Alright, Internet, wir sehen uns im nächsten Part wieder von Fallout New Vegas. Wir haben neue Aufgaben. Ich habe 180 laufende Aufgaben und... Oh, das ist doch wunderbar. Ne, oder warte, ich schließe jetzt was ab. Ja, so sieht es nämlich aus. Jetzt übergebe ich das. Ich übergebe diesen Brief. Ein Terminalgebäude. Ja, lass mich rein. Let me and their friend. Oh, ho, ho. Ho, 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 Puhn. Sieh mal an. Sieh mal an. Kein Mensch hier. Tausend Sachen, die ich nicht stehlen darf. Naja. Hey, hast du mich gar nicht bemerkt beim Reinkommen, du Idiot. Hey. Eine verdammte Schande ist die Sache mit Morales. Sie hat sich nur zum Dienst an der Waffe verpflichtet, um näher bei ihrem Mann zu sein. So, bewachst also diese Türe. Ich verstehe. Das ergibt natürlich alles einen Sinn. Und was haben wir hier? Gehen Sie ruhig weiter, Soldat. Ja, hier rein. Zum Beispiel. Achso. Ne, hier will ich nicht rein. Ich will mich hier noch ein wenig umsehen. Meine verehrten. Oh. Achso, leer. Okay. Vorsicht. Nicht zum Sprint ansetzen, Bohnen. Tja. Tja, hätten wir das auch gesehen, nicht wahr? Verdammt, ich konnte das doch nicht abschließen. Okay. Hey. Hey, hey, hey. Du bist ja am Arsch der Welt. Ha. Bam, 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 bam. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Hey. Gebt doch. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss. Das war für Carrie. Brett, y'all.